also 23 nach unten hier unten ist ja schön frei und kata sieht auch gut aus sie haben ihr limit erreicht so wenn du es 12 12 davon meine freunde ja das zeug ist nicht richtig richtig teuer aber sie holen halt alles ran und dann können die leute hierher gehen um sich alles zu holen dann gehen sie lieber hierher als zu den lagerhäusern und er reicht genau bis dahin bis darüber er deckt schon ein großes gebiet ab das heißt wiederum wir können unsere felder und so weiter außerhalb des marktes machen und dann machen wir da eher noch gebäude müssen wir umbauen machen wir jetzt in diesem winter dann reißen wir das feld auf jeden fall schon mal ab und krankenhausbäude auch noch mit dem täler geht es gut ich alles mehr voll bei der markt ja auch ein bisschen was weg schluckt das heißt aber die leute können hierher gehen und der markt ist fast voll mit allen möglichen gütern das ist ziemlich gut muss man hier bloß die felder weg schaffen die müssen ein bisschen weiter absatz hinkommen und was haben wir jetzt nicht mehr logs wir haben ja auch keine förster mehr haben nur noch drei von acht gut die woodcutter waren fleißig das heißt wir haben eigentlich handlungs die handlungsware holz also firewood weil das hatte ich weiß nicht ob ich schon erwähnt hatte firewood ist so eine damit kann man dann später handel treiben das hat einen relativ guten kosten nutzen wert so ich sehe gerade ich habe eines meiner fenster zugemacht so das wollte ich weil wir haben early winter early winter is super remove structures diesel 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 remove roads diesel 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 so wie weit reicht der markt bis darunter das heißt wir müssen jetzt eigentlich bis dazu diesen baum das ist nicht ganz hübsch aber wird zu langsam die südliche grenze hier können wir ja mal versuchen aufrecht zu halten so wo war die da war die an der baumgrenze quasi this this means that we should do this so damit haben wir wieder drei felder drei weg drei hin das passt jetzt auch hier ein bisschen beschleunigen die sache wenn wir in diesem jahr jetzt keine fälle haben wir auch nicht sterben wir haben so viel nahrung auf reserve leben wir ein bisschen von der reserve würde ich will ich mal meinen und dann design war das hier gerade mal um bauen hier schön häuschen daran und so weiter wie geboren zwei felder haben wir schon feld nummer drei entsteht hier mit der ecke ist halt ein bisschen unschön aber was soll's so da ist ja noch market reach ergo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hier ab hier kanzler straße so ja 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 die lehrerin ist tot jetzt das aber das ist unschön Und jetzt Zwei, zwei, vier, zwei, Förster. Ja. So, hier die Straße können wir auch anziehen. So, das heißt, die Storage-Bahns hier unten können ja auch bleiben. Könnten wir jetzt auch hier umlagern. Hier neue bauen für die Felder. Die Wege können dann alle noch weg. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal echt expandiert. Und ja, das Gebiet rund um den Market herum ist schon okay. Also, passt auf jeden Fall. So. Das heißt nämlich auch, ich kann die Woodcutter noch erweitern und so weiter und so fort. Mal zur Not mal hier die größere Straße noch hin. Da weiß der Teufel was. Erstmal hier hinten die blödsinnigen Straßen alle weg. So. Ja, alles jetzt neu gemacht. Warum ich so peinlich darauf achte, dass ich die Straßen nicht über Straßen ziehe, weil dann kann man sie später nicht mehr abreißen. Die bleiben irgendwie drin gespeichert im Spiel. Das ist ein Bug. Ein bekannter Bug, der demnächst gefixt werden soll angeblich. Und jetzt hoffen wir mal darauf, dass das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Boah, ey, alle voll. Gebra und Hunter hier oben. Gut, die müssen dann direkt halt zu denen, aber scheiß drauf, ey. Was dieser Kreis heißt, wüsste ich auch gar nicht. Ist das das Einzugsgebiet, wo die Leute sich was holen? Oder ist das das Gebiet, wo die hinlaufen können, um Zeug zu beschaffen? Das weiß ich halt nicht. Auf jeden Fall hier. Sieht schon gut aus. Unsere Ökonomie ist gut und die sind vor allem sehr gesund und sehr glücklich. Können uns echt was... Ich habe das Ding schon wieder zugemacht. So. Können uns ja echt davon was kaufen. So. Das Herb-Limit können wir auch mal auf... Machen wir erstmal 200. Das klingt ganz gut. 200 ist eine gute Zahl dafür. Wir müssen eigentlich mit Minen und so weiter anfangen. Aber dafür müssen wir die Siedlung jetzt erstmal vergrößern. Äh. Äh. Der Wenderer ist tot. Childbirth. Hm. Hartes Thema. Ich ignoriere es einfach mal. Ja. Aber... Ja. Gehört zum Mittelalter leider dazu. So. Wir haben einen pro Feld zu wenig eigentlich. Farmer. 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 Mhm. 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 Eigentlich nicht schlecht. Die bleiben zu 100% voll hier oben. Na gut. Die Produktion geht langsam runter. Ich kann den Fischer hier einfach mal abreißen. Der bringt da nichts mehr. Und den Fischer... Der Fischer wird alle Farmer. Mhm. Hier wird ein Gabbler. Da fehlt mir auch einer. Mhm. So. So. Hier unten sind auf jeden Fall die Farmer. Häuser. Im Einzugsgebiet des Marktes. Das ist super. Und hier unten... Und hier... Na bitte meine ich. Und so die anderen Berufe auch. Alleinerziehende Eltern auch damals schon. Der Schneider und die Sammlerin. Das sieht echt gut aus. Und jetzt... Ich expandiere. Und so mehr da ist. Alles. 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 Hier unten gerne NEG ihr. Ich kenne dich. Vielen Dank.